Die Brüderfunde schnellst du! Wir sollen auf den Hundeplaneten fliegen und mit den Hunden auf den Planeten Magnesia Frieden schließen. Der Krieg dauert schon 500 Jahre. Es soll langsam Frieden sein. Gut, dann machen wir uns jetzt bereit zur Landung. Fertig machen zur Landung. Das Benzin ist leer. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch erst gestern getankt. Gucken wir mal mit unserer Kamera, was draußen los ist. Die Brüderfunde. Manche Fertig machen. Die Brüderfunde. Ha 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 ha! Halt, das ist unser Tank! Halt, das ist unser Tank! Die Hunde klären den Tank! Oh nein, wir sollen jetzt landen! Was sollen wir jetzt tun? Wir sind schon im Sehfeld. Wir können landen. Wir müssen nur noch nicht lenken. Das machen wir, wenn wir beide nach links oder nach rechts. Dann kippt das Raumschiff. Wir sind gelandet! Cool, wir haben es geschafft! Das ist so cool aus. Wir sind in der Nähe von der Straßenbahn. Die sind in der Nähe von der Straßenbahn. Die ist eine kleine Flasche. Das ist ein Riesenpark. Das ist ein Riesenpark. Jetzt sind die Katzen gelandet. Können wir endlich früh schützen. Hallo. Hey, du blöder Kälter. Warum habt ihr unser Benzin geklagt? Wir wären fast verunglückt. Hä? Welches Benzin? Wir haben gar nichts geklaut. Du mit deinen Lügen. Hier sind das dir Beweis. Da ist unser Tank. Das ist wahr. Man sieht unser Katzenpfotenzeichen da drauf. Hä? Seit wann ist der da? Wer hat ihn geklaut? Ich habe eine Idee, wer es gewesen sein könnte. Es war für dich die böse Bote. Bote, hol sie mal her. Ich hasse die Katzen. Ich will keinen Frieden. Erst wenn die letzte Katze vertrieben ist, gebe ich Frieden. Dafür kaufst du ihn. Wir heilen. Das mache ich aber so, dass wir jetzt noch Frieden schließen. Dann könnten wir ja heiraten. Nein, das ist aber cool. Dann fangen wir doch morgen an mit dem Fußball-Vorbereitungen an. Ende!